Bildhaft könnte man es vielleicht so formulieren, die US-Notenbank-Fed sitzt auf einem Pulverfass, aber spielt mit Streichhölzern in der Hoffnung, dass diese Streichhölzer sich nicht entzünden und das Pulverfass in die Luft fliegen lassen. Aber ohnehin ist dieses Pulverfass schon so groß, dass nicht viel passieren muss, damit dieses Pulverfass dann eben auch in die Luft fliegt, dass diese Zeitbombe, die sich im Laufe der letzten Jahre gebildet hat, explodiert. Und diese Zeitbombe, die wollen wir uns mal anschauen. Kommen wir zunächst mal zu den Aktienmärkten. Hier hat David Rosenberg gesagt, ja, dieses hawkische Bravado, das sich jetzt im Zusammenhang mit der Fed bildet. Wir erinnern uns, am Freitag hatten US-Banken gesagt, ja, die werden jetzt 3x75 Basispunkte anheben, also riesige Zinsschritte machen und das sehr schnell. Vielleicht stimmt das auch, vielleicht hat die Fed das ja wirklich vor. Jedenfalls trifft das jetzt auf einen Aktienmarkt, der technisch schon durchaus angeschlagen ist. David Rosenberg zeigt, dass das letzte Mal, dass die Fed einen Tightening-Cycle begann, also eine Straffungsperiode der Geldpolitik begann, und der S&P da schon unter der 2. Tagelinie war. Das war im Jahr 1987. Die Jüngeren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den Oktober 1987 und diesen massiven Crash, der da stattgefunden hat. Jetzt sei eine ähnliche technische Ausgangslage vorhanden wie eben 1987. Aber schauen wir uns jetzt mal die Zeitbombe an. Da sehen wir hier die Verschuldung der USA. Die ist seit dem Jahr 2010 um 33 Billionen gewachsen. Die Gesamtverschuldung, also Firmen plus Haushalte plus Staat. Wir sind jetzt bei 88 Billionen Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was da eine schnelle und heftige Zinsanhebung bedeutet, dann würden da massive Kosten auf Verbraucher, auf Firmen, auf den US-Staaten zukommen. Also das wird nicht ganz ohne Schmerzen abgehen, zumal wir auf der anderen Seite, wie Sie unten hier sehen, total aufgeblähte Aktienmärkte nach wie vor haben, total aufgeblähte Anleihemärkte haben. Hier Bond & Growth Stock, Bubble, wie wir hier sehen, das ist so weit über dem normalen historischen Mittel. Dieser Trend zeigt ja nach oben, aber das ist so weit drüber, dass da so extrem viel Luft entweichen müsste, dass wir zumindest ins Trendwachstum wieder reinkämen. Also da ist viel, viel kaputt zu machen und zu zerstören. Und hier sehen wir mal den S&P 500 in einem Chart. Und hier sehen wir eine potenzielle Schulterformation, die sich nach unten auflösen könnte und möglicherweise auch dürfte. Hier sehen wir mal ein Szenario, das ein amerikanischer Kollege gemalt hat. Er hat ja durchaus gesehen, dass der S&P bis 4200 fällt. Das war bisher das heutige Tief, das wir gesehen haben. Dann sich nochmal erholt, so in Richtung 4300, 4400 und dann kommt der nächste Move nach unten. So könnte es diesmal auch sein, denn wir sind natürlich im kurzfristigen Zeitfenster überverkauft. Wir sehen hier mal beim Nasdaq diese dicken roten Kerzen, die sich da ja vor allem seit letzten Donnerstag gebildet haben. Wir sehen aber vor allem New Highs versus New Lows. Also wie viele Aktien erreichen 52 Wochen Hochs, wie viele Aktien erreichen 52 Wochen Tiefs. Und das sehen wir schon. Da ist so viel passiert wie seit langer Zeit nicht mehr. Oder da ist durchaus eben eine Schwäche des Gesamtmarktes zu konstatieren. Viele Aktien, die durchaus hier richtige Probleme haben. Was ist jetzt die Gesamtsituation? Die schaut so aus. Die Stimmung ist wirklich bärisch. In allen Bereichen sehen wir da negative Stimmungsindikatoren, normale, gute Voraussetzungen. Zumindest für eine Konterrallye, für eine technische Gegenreaktion, die ist durchaus diesmal gegeben. Das Problem ist, dass die Positionierung vergleichsweise immer noch relativ und sehr hoch ist. Dementsprechend gibt es noch sehr viele Gelder abzuziehen aus dem Aktienmarkt. Zumal in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, so massiv Geld in diese Aktienmärkte geflossen ist. Hier unten sehen wir das mal in der Grafik. Da ist in einem Jahr mehr in die Aktienmärkte geflossen als in 20 Jahren zuvor insgesamt. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen diesen Zuflüssen in die Global Equities, also in die globalen Aktienmärkte. Wir sehen hier etwa den MSCI ACBI, das ist praktisch ein Weltindex, der den globalen Aktienmarkt abbildet. Der ist ein bisschen jetzt nach unten gegangen, schon in letzter Zeit, aber ist eigentlich relativ synchron gestiegen mit den Zuflüssen eben in die Aktienmärkte. Liquidität ist in diesem Bereich alles. Aber jetzt sehen wir seit zwei Wochen ziemlich herbe Abflüsse aus eben diesem Aktienmarkt. Wir sehen zunächst mal, dass der Nasdaq ja so um und bei 10% gut gefallen ist. Das ist in diesem Jahr eigentlich saisonal so freundlich, einen Monat April. Normalerweise kommt dann durchaus mal eben immer wieder eine Gegenbewegung, wie es Lance Roberts sagt. Also wenn wir hier so Verluste, Strecken haben, dann kommt meistens auch mal eine nette Gewinnstrecke. Aber wir sehen, dass eben, wenn wir die untere Grafik mal anschauen, jetzt seit zwei Wochen doch ziemlich heftig Gelder abgezogen wurden. Und zwar so stark Gelder aus den Aktienmärkten abgezogen wurden, wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Also da ist jetzt ein leichtes Umdenken passiert, auch wenn wir uns oben den sogenannten Margin Debt anschauen. Also die Hebelung, die die Amerikaner haben, hat ein Aktiendepot und sagt sich dann oder sagt dem Broker, pass auf, ich habe doch hier ein Depot von 60.000, 70.000 Dollar, da kannst du mir noch einen Kredit drauf geben, dann kaufe ich nochmal Aktien. Das ist sozusagen der Margin Debt, diese Hebelung, die die Leute dann faktisch haben. Und wir sehen, das erste Mal jetzt seit langer Zeit im Vergleich zum Vorjahr, ist der Margin Debt leicht rückläufig jetzt auf Jahressicht. Also da ist schon eine kleine Enthebelung passiert. Und Enthebelung wird eines der großen Stichworte sein, wenn die Fed wirklich ernst macht mit ihrer Politik. Dann haben wir noch eine Derivatebombe, die wir uns gleich noch anschauen. Und wir haben natürlich eine Schuldenhebelung, die wirklich saftig ist. Hier sehen wir mal das, was die Fed eigentlich erreichen will, nämlich eine Straffung der sogenannten Financial Conditions. Dazu gehören auch die Aktienmärkte. Oben sehen wir mal eine Grafik, wie es mit den Financial Conditions ausschaut, ohne Aktienmärkte. Da sehen wir, da sind die Financial Conditions schon deutlich straffer, haben also angezogen, sind rigider geworden, weniger lax geworden. Wenn wir die Aktienmärkte allerdings noch mit dazu nehmen, oben in dem Chart die dunkelblaue Grafik oder Linie, dann sehen wir, naja, so viel ist da noch nicht passiert. Mit den Aktienmärkten sieht die ganze Geschichte noch deutlich laxer aus, als sie es eigentlich sein könnte. Deswegen sagen Leute wie Bill Dudley, der ehemalige New York Fed-Chef, ja, die Aktienmärkte müssen auch mitspielen. Das heißt, die müssen ihren Teil beitragen und nach unten gehen, damit wir diese Financial Conditions straffen können. Jetzt schauen wir uns mal an, was ein fallender Aktienmarkt in Sachen Financial Conditions bedeutet. Da hat Goldman Sachs eine sehr schöne Grafik, nämlich wenn der S&P 500 9% fällt, fallen sollte, gut, wir sind seit Jahresbeginn um und bei diese 9% gefallen, 10% vielleicht, dann entspricht das etwa einem 0,75 Basispunkte-Schritt an Zinsanhebung. Also ein Fall von knapp 10% entspricht einer Zinsanhebung von 0,75% in Sachen Straffung der Geldpolitik. Denn dann sitzt ja das Geld der Leute weniger locker, wenn ihre Aktienpositionen weniger wert sind. Dann werden sie wahrscheinlich weniger konsumieren, werden weniger Nachfrage damit erzeugen, weil sie eben nicht mehr das Geld so locker in der Tasche sitzen haben. Das ist die ganze Logik dahinter. Können wir bald eine Gegenrallye sehen? Jederzeit, wie gesagt, wir sind ziemlich überverkauft. Die Stimmung ist sehr, sehr bärisch. Wir könnten allerdings hier auch nochmal das Februar-März tief erreichen. Das wäre beim Nasdaq so um und bei 13.000 und ein paar zerquetschte. Wir haben ja diese Monsterwoche jetzt in Sachen Berichtssaison. Wir haben Google, wir haben Microsoft, wir haben Appel. Also die Dickfische, die wirklich schweren Jungs werden in dieser Woche berichten. Dazu nächste Woche dann die Fettsitzung. Also da wird einiges gebacken sein. Da ist natürlich jeder Grund für Volatilität. Auch schnelle Zwischenerholungen sind da jederzeit drin. Gar keine Frage. Zumal, wenn wir uns anschauen, wie stark schon jetzt die großen Dickfische teilweise geblutet haben. Etwa die sogenannten Fangman-Aktien. Also Facebook, respektive Meta, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia. Die haben seit ihrem Hochpunkt 2021 jetzt 2,4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Allein Meta etwa war schon mal eine Billion wert und ist jetzt um und bei 500 Milliarden wert. Hat sich also praktisch in der Marktkapitalisierung halbiert. Von Netflix brauchen wir da gar nicht erst sprechen. Und wie gesagt, die Dickfische kommen jetzt. Und am Donnerstag vielleicht mit am wichtigsten, Amazon kommt auch noch mit am wichtigsten, ist natürlich Apple. Jetzt hat JP Morgan gesagt, ja, also hier der Umsatz in Sachen iPhones, der könnte leicht enttäuschen. Man bereitet also die Investoren schon so ein bisschen darauf vor, dass die Zahlen vielleicht nicht so gut werden. Legt die Latte vielleicht ein bisschen sehr niedrig, damit Apple dann drüber springen kann, Fragezeichen. Und alle wieder jubeln können und sagen, siehst du, die pessimistischen Erwartungen, die waren doch gar nicht berechtigt. Das ist durchaus möglich, wir werden sehen. Jetzt kommen wir mal zu dieser Derivatebombe. Die besteht aus 234 Billionen Dollar, die vor allem von großen US-Banken gehalten werden, die auch von einer deutschen Bank gehalten werden, die heute wieder mal 5% im Minus ist. Am Freitag ging es auch schon sehr deutlich nach unten. Wir sehen, dass die großen Banken in den USA ziemlich deutlich unter Druck sind in letzter Zeit, denn da ist so viel Gehebeltes, was da rumschwirrt, so viel Derivatives, was da rumschwirrt. Und da hat man ein gewisses Counterpart-Risk teilweise. Dementsprechend wird es da manchen mulmig und da sagt einer oder der andere vielleicht, da steige ich mal lieber aus. Wenn diese ganze Geschichte in die Luft fliegt, dann haben wir ein Riesenproblem. Das gilt dann auch etwa und vor allem für den US-Immobilienmarkt. Hier sehen wir mal die durchschnittliche Schuldenaufnahme in den USA pro Hauskauf. Das ist jetzt bei etwa 410.000, 15.000 Dollar durchschnittlich, dass die Leute also Kredite aufnehmen. Wir waren im Jahr 2018, Ende 2018, als Paul dann diese hockische Wende zunächst da gemacht hat, gesagt hat, ja, Bilanzreduzierung auf Autopilot. Dann sank das sehr massiv, diese durchschnittliche Kreditaufnahme pro Hauskauf, weil eben die Zinsen stiegen, die Bilanz reduziert wurde. Das musste Paul dann im Januar 2019 rückgängig machen, sonst wäre der Laden ihm damals in die Luft geflogen, S&P 20% verloren. Aber damals war die Inflation kein Problem, heute ist sie ein Problem, heute wird er einen solchen Spagat nicht nochmal machen können. Und apropos US-Banken, JP Morgan Chase etwa, berechnet ja seinen Kreditkartenkunden durchschnittlich, durchschnittlich einen Zinssatz von 17%. Das müssen Sie sich mal vorstellen, also wer in den USA eine Kreditkarte hat und da ein Minus ist, der hatte 17% Sollzinsen, die er da zu berappen hat, immens. Auf der anderen Seite hat etwa eine JP Morgan damals bei diesen Maßnahmen während des Corona-Crash, nach dem Corona-Crash, staatliche Gelder erhalten. Die waren verzinst mit so 0,25%, 0,5%. Also eine JP Morgan möchte ich auch sein, da kriege ich sozusagen fast kostenlos Geld und verleihe es dann zu 17% durchschnittlich an meine Kreditkartenkunden. Da ist eine gewisse Marge, die ist natürlich super, aber da hängen jetzt viele eben hochverschuldet, hochgehebelt in einer Verschuldung drin und sind sozusagen schon auf Kante. Und wenn die FED jetzt wirklich ernst macht mit diesen Zinsanhebungen, dann könnte es ungemütlich werden. So wie bei den Zombie-Firmen, also jene Firmen, die nicht mal ihre Kreditkosten herausverdienen, deren Aktien sind jetzt etwa 23% gefallen seit Jahresbeginn, während der S&P oben hier zu sehen in dieser hellblauen Linie deutlich, deutlich weniger gefallen ist. Das war hier noch etwa 8%, ja so ungefähr dürften wir jetzt auch sein beim S&P 500. Also wir sehen, diese Zombie-Firmen werden abgestraft da, wo die Bilanzen schlecht sind, wo das Risiko hoch ist. Wir sehen am High-Yield-Markt, also bei den hochriskanten Unternehmens allein, ist schon sehr, sehr viel Blut geflossen. Also da sind die vulnerablen Sektoren auf der einen Seite Kredit, schwacher Kredit, Leute, die keine gute Bonität haben, die hochgehebelt sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese ganzen Hauskäufer, die sich massiv verschuldet haben, aufgrund immer weiter steigender Hauspreise eben die Kreditsumme immer stärker anheben mussten. Wir sehen heute etwas Ungewöhnliches. Wir haben ja eigentlich seit Jahresbeginn die Energieaktien als die Top-Performer gehabt. Jetzt sehen wir aber, dass es seit drei Tagen ziemlich heftig nach unten geht. Wir sehen jetzt einen der heftigsten Abverkäufe jetzt in den letzten drei Tagen seit Jahrzehnten, könnte man sagen. Das ist wahrscheinlich der zweitheftigste Abverkauf, den wir jetzt sehen seit dem Corona-Crash, beziehungsweise seit der Finanzkrise eigentlich, nachdem die Aktien natürlich aus diesem Sektor aufgrund des gestiegenen Ölpreises und der Inflation hier deutlich gestiegen waren. Energieaktien sind ja da in Sachen Inflation ziemlich immun, könnte man sagen. Aber hier, da zeigt sich schon Massives. Und massiv ist auch das, was jetzt plötzlich diese Kehrtwende betrifft mit Elon Musk und Twitter. Jetzt hat Twitter gesagt, offenkundig unter Druck durch seine Anteilseigner, wir überlegen doch diese Offerte von Elon Musk anzunehmen. Und oben sehen wir mal dieses Digital World Acquisition, dieses SPAC, das Donald Trump mit an den Markt gebracht hat, ist heute 9,5% gefallen, weil eben Twitter und Elon Musk in dieser Kombination natürlich sehr viel Finanzpower ist. Und das könnte für Donald Trumps Juice-Plattform nicht so richtig gut sein. Aber ich bin sicher, Donald hat ja gesagt, ich werde nie wieder zu Twitter zurückkehren, ich bin sicher, dass er das macht. Denn Donald Trump würde durch Elon Musk sicherlich freigeschaltet wieder. Er hatte ja über 80 Millionen Follower, glaube ich, auch für Twitter. Es waren jetzt zuletzt, obwohl er schon Jahre inaktiv ist, immer noch 32 Millionen. Also da könnte er direkt wieder zum Volke sprechen, direkt wieder seine Messages kommunizieren. Elon Musk setzt sich ja vermeintlich für Free Speech ein, solange es ihm passt, jedenfalls. Und das könnte noch eine hochbrisante, auch politisch hochbrisante Geschichte werden. Und brisant ist auch das, dass die Inflationserwartungen in Deutschland immer weiter steigen. Haben jetzt sogar das erste Mal seit 2009, also seit der Finanzkrise, zwischenzeitlich heute die der Amerikaner überholt. Das heißt, dass die Inflationserwartungen in Deutschland höher gegangen sind als in den USA. Das liegt natürlich an unserer grandiosen EZB. Eine Frau Lagarde, die gesagt hat, ja, die Energiepreise, was soll man da machen? Wirkliche Energiepreise mit den Sinsanhebungen, wir kommen nicht weiter. Pas die Chance. Da gibt es keine Okkasion, das kann nicht funktionieren. Aber das ist leider nicht der Fall, wie hier zum Beispiel Clemens Füß, der Chef des EFU, sagt. Also sehe ich an, dass die EZB beeinflusst den Wechselkurs und daher die gesamten Importpreise. Und eben betrifft die Inflation ja eben bei weitem nicht nur die Energie, sondern vor allem auch Lebensmittelpreise und viele andere Güter. Also das ist wieder so eine Ausflucht von Madame Inflation, um irgendwie die Zinsen nicht anheben zu müssen. Deswegen denke ich, and the EZB, das ist das Hashtag, das Sie vielleicht populär machen könnten, indem Sie es weiterverbreiten. Wie auch meine Artikel oder meine Videos zum Beispiel, wenn Sie möchten. Dass die EZB also letztendlich abzuschaffen ist und durch ein anderes Gremium, durch eine andere Institution oder durch freie Märkte, die den Zinssatz bestimmen, zu ersetzen sei. Und in Sachen freie Märkte ist China ja nicht ganz vorne. Aber hier sieht es so aus, dass jetzt auch Peking, und das war der Grund für die Schwäche heute Vormittag, vor allem beim DAX, Peking in den Lockdown gehen wird. Wir haben den Li, den Premierminister aus China, der gesagt hat, jetzt das vierte Mal, glaube ich, das vierte Mal, dass die chinesische Wirtschaft starken Gegenwind habe. Dann hat Chinas Notenbank die Reserve Ratio gesenkt. Also das, was die Banken an Eigenkapital hinterlegen müssen, wenn sie Kredite vergeben. Also da hat man schon ein bisschen Panik, zumal der Yuan ja sehr stark abgewertet hat bisher. Und wenn Sie eines über China wissen sollten, meine Damen und Herren, da steht ja die Frage im Raum, machen die Chinesen jetzt ihre Lockdowns, um uns zu schaden, um uns letztendlich den Saft abzudrehen, indem da nichts mehr geliefert wird. Das ist eine populäre These, die allerdings nicht stimmt. Und wenn Sie diesen Artikel lesen, eines absoluten Insiders, der in Shanghai lebt, der die Parteigrößen kennt teilweise, der weiß, was da gespielt wird, welche Logiken da am Start sind, der erklärt in diesem Artikel, warum es geht. Sie brauchen danach keinen Artikel mehr über Lockdown zu lesen in China und WSU. Weshalb, warum? Sie werden die Antwort in diesem Artikel finden. Deswegen ein absolutes Must-Feed werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.